Würde mich freuen, wenn es hier Ananas geben würde, sonst guter Bahnhof zum Abhauen. Nochmal danke an Harald, Hildesheim Hauptbahnhof, weiter geht's. Habe einen Hut voll Geld gefunden, doch ein paar Meter weiter ist mir ein Obdachloser schreiend hinterhergelaufen. Stabiler Bahnhof kann man machen, Jo. Eigentlich Baba Bahnhof, aber du musst bisschen aufpassen so. Hab immer bisschen Angst da, unentspannt da einen durchzuziehen. Aber die Junkies sind mies korrekt, aber man wird halt abgestochen, wenn man atmet. Meine Mutter hat mich da eingetauscht. Lebe jetzt auf den Gleisen.